Endlich ist X-Faktor wieder da. Mit allen Zutaten, die man dafür braucht. Sieh mal. Wow. Außergewöhnliche Gegenstände. Versteckte Orte. Oh mein Gott. Längst vergessene Zeiten. Und mythische Geschichten. Und natürlich mit der Frage aller Fragen. Ist es Fakt oder Fiktion? Quatsch, ich bitte dich. Oh mein Gott. Ich bin Jonathan Frakes. Zwei neue Folgen. X-Faktor. Das Unfassbare. Heute ab 20.15 Uhr. Jonathan Frakes. You're about to experience the unbelievable. For true fans only, listen to the official X-Factor Podcast. Der offizielle Podcast zur Sendung. Auf allen gängigen Podcast Plattformen. And that's a fact.